Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir malen es mit Trivialwissen, färben es ein mit unwitzigen Sprüchen von mir und diskutieren sinnlose Fragen, bis wir am Ende ein Bild des Grauens haben, das uns bis in alle Ewigkeit verfolgt. Soweit die Einleitung. Wir sind nun angekommen bei Kapitel 7 und ich möchte kurz einwerfen, dass dies bereits die 10. Ausgabe des Formats Harry Potter Bookcast ist. Ja, 10! Jubiläum! Wir sind erst beim 7. Kapitel, weil ich einige Kapitel im Buch auf mehrere Parts aufteilen musste, aber ich hoffe euch diese Jubiläumsfolge in voller Länge präsentieren zu können. Na, wenn ich mir da mal nicht zu viel vorgenommen habe. Lehnt euch entspannt zurück, trinkt einen Tee oder ein Butterbier, denn diese Folge wird lustig, traurig, dramatisch und sogar musikalisch. Ihr dürft euch freuen. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine Anmerkung zur letzten Folge zu machen. Der User Tobi2148 hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Ich hatte ja in der letzten Episode behauptet, Rowling hätte Hogwarts zweimal mit derselben Formulierung beschrieben. Und ich lese euch mal den Kommentar von Tobi vor. In der englischen Version beschreibt Rowling das Schloss übrigens mit zwei verschiedenen Formulierungen. Zuerst perched atop und dann mit to tower over. Damit ist diese Wiederholung ein weiterer Schusselfehler von unserem geliebten Klaus Fritz. Erst einmal vielen Dank für diesen Kommentar. Da ich leider nur die deutsche Ausgabe der Bücher besitze, kann ich die Sätze nicht direkt vergleichen. Aber ich freue mich, wenn ihr euch mit einbringt und Wissen ergänzt, dass ich, aus welchen Gründen auch immer, nicht in meinem Podcast anspreche. Nun lasst uns aber endgültig anfangen. Im letzten Kapitel sind wir stehen geblieben, als Hagrid die kleinen Kiddies vor die Tore von Hogwarts gebracht hat und gegen die Tür gepoltert hat, als gäbe es kein Morgen mehr. Wie schon gesagt, beginnen wir nun mit Kapitel 7. Das trägt den Namen der Sprechende Hut. Nachdem Hagrid ernsthafte Schäden an der Tür hinterlassen hat, weil er mit seiner Riesenpranke dagegen gehämmert hat, wird das Tor auch prompt geöffnet. Vor ihnen steht eine große Hexe mit schwarzen Haaren, eingehüllt in einen smaragdgrünen Umhang. Der geneigte Potterhead wird bei dieser Farbe förmlich getriggert, denn wie wir alle wissen, gibt es nur eine Person, der man diese Farbe zuordnen kann. Harry bemerkt, dass diese Frau ein strenges Gesicht hat und der erste Gedanke, der ihm in den Kopf schießt, ist der, dass man mit ihr wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen kann. Und als ich diese Beschreibung gelesen habe, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Jeder weiß, was die Redewendung mit dem ist nicht gut Kirschen essen bedeutet, aber wisst ihr auch, woher diese Bezeichnung stammt? Nein? Nun gut, ich werde eure unwissenden Seelen nun mit Informationen füllen. Diese Redewendung stammt aus dem Mittelalter, aus einer Zeit, in der Kirschen noch teuer und selten waren. Nur reiche Menschen konnten sie sich leisten und so kam es auch, dass sich manchmal die Oberschicht zum gemeinsamen Kirschenessen traf. Manchmal versuchten sich auch Leute einzuschleichen, die gar nicht eingeladen waren oder schlichte Leute anwesend waren, die sich nicht zivilisiert genug benahmen. Und wenn man eine solche Person am Tisch hatte, wurde diese mit den Kirschkernen und den Stielen bespuckt, bis sie wieder verschwunden war. Denn mit solchen Menschen war nicht gut Kirschen essen. Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff gewandelt. Heute meint man mit der Redewendung eher eine Person, mit der man nicht gut klarkommt oder schlicht eine Person, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Und weder haben wir etwas völlig Sinnloses gelernt, das kein Schwein wissen wollte. Wer nun diese alle strenge Frau ist, die dich mit Kirschkernen voll sabbert und dich dann vom Hof vertreibt, erklärt uns Hagrid glücklicherweise im nächsten Satz. Denn er übergibt ihr die Kinder mit den Worten, die Erstklässler Professor McGonagall. Der Name McGonagall taucht nicht zum ersten Mal in dieser Geschichte auf. Bereits im ersten Kapitel wurde ihr Name genannt. Denn da war sie die Frau, die mit Dumbledore diskutiert hat, ob es denn so ratsam ist, Harry zu den Dursleys zu bringen. Sie war die Katze, die den ganzen Tag auf der Backsteinmauer gesessen hat und auf die Straße geglotzt hat. Auch ihr stechendes Farbmuster hat sich seit damals gehalten, denn schon im Prolog der Geschichte trug sie einen smaragdgrünen Umhang. Wahrscheinlich ist es sogar derselbe, den sie seit elf Jahren nicht mehr ausgezogen, geschweige denn gewaschen hat, der jetzt voller Flecken und vergammeltem Glibber ist und stärker stinkt als eine Mülldeponie. Aber ja, ist nun mal ihr Lieblingsumhang. Kannst dir nichts machen. McGonagalls Farbschema äußert sich aber nicht nur in ihrem Umhang, denn auch die Hogwarts-Briefe, die sie an Harry hatte schreiben müssen, waren mit smaragdgrüner Tinte verfasst. Apropos Hogwarts-Briefe. Mich quält da schon die ganze Zeit eine Frage. Ich hatte diese Frage schon einmal in Folge 3 angerissen, aber nie wirklich zu Ende gedacht. Deswegen möchte ich das Thema an dieser Stelle noch einmal aufgreifen. Muss McGonagall eigentlich jedes Jahr für alle Schüler die Briefe schreiben? Von Hand? Was ist das denn für ein bürokratischer Aufwand? Da muss die arme Frau wahrscheinlich jedes Jahr einen Krampf in der Hand haben. Rowling hat ja mal gesagt, in Hogwarts würden über 1000 Schüler zur Schule gehen und jedes Jahr bekommt jeder Schüler eine Liste mit Schulbüchern. Muss die arme Minerva dann jedes Jahr die Briefe von Hand schreiben? Was, wenn sie sich auf der Hälfte der Seite verschreibt? Muss ich dann alles neu schreiben? Stell dir mal vor, du hast gerade alle Briefe geschrieben, willst nur den schönen Tag genießen und dann kommt da so ein Dumbledore. Jo, Minerva, schreib bitte nochmal 10.000 Briefe für Harry Potter, wir wollen sein Haus damit fluten. Elvis, du könntest auch direkt Hagrid zu den Dursleys schicken. 10.000 Briefe, hab ich gesagt! Kein Wunder, dass McGonagall so grießgrämig ist, wenn sie die ganzen Sommerferien damit zugebracht hat, die dämlichen Briefe zu schreiben. Vor allem ändert sich ja jedes Jahr auch die Liste der Schulbücher, da sich mindestens eine Stelle im Kollegium ändert. Da muss sie wieder alles neu schreiben. Wie macht sie das? Ich wäre nicht Black Diagon, wenn ich nicht zumindest versuchen würde, eine Erklärung zu finden. Es könnte ja nämlich auch sein, dass McGonagall, ähnlich wie Rita Kimcorn, so eine flotte Schreibefeder benutzt, die die Briefe schreibt. Folglich könnte die alte Lady entspannt eine Schlammmaske aufsetzen und Tee schlürfen, während sich die Arbeit von selbst erledigt. Das wäre zumindest die einzige Theorie, die mir eingefallen ist. Falls ihr eine bessere Erklärung liefern könnt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Professor McGonagall bedankt sich bei Hagrid und zieht die Torflügel nun ganz weit auf. Jaja, der alte Oma muss nun ganz alleine das schwere Tor aufmachen. Und anstatt, dass Hagrid hilft, schaut er nur untätig zu. Außerdem, wie lange hat McGonagall jetzt hinter der Tür gewartet? Hätte sie das Tor nicht einfach offen lassen können? Schließlich mussten die Schüler der anderen Jahrgangsstufen auch dahin durch. Da wäre aber wahrscheinlich der theatralische Effekt verloren gegangen und J.K. Rowling hätte das letzte Kapitel nicht mit diesem geilen Cliffhanger entlassen können. Stattdessen muss jetzt eine alte Frau alleine das Tor öffnen. Soll ich dir vielleicht helfen? Nein, ich kann das! Ich habe diesen Sommer 10.000 Briefe geschrieben! Ich bekomme das hin! Während sich McGonagall abmüht, kann Harry einen Blick auf die riesige Eingangshalle erhaschen. Diese wird beschrieben als so groß, dass das ganze Haus der Dursleys hineingepasst hätte. Harry ist also zum ersten Mal in seinem Leben in einer Zauberschule. Weg von der asozialen Familie, die ihn jahrelang misshandelt hat. Und das Erste, was ihm beim Anblick der Halle einfällt, ist das Haus dieser Familie. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so Sinn macht, J.K. Rowling. Wollen Sie das nicht lieber nochmal ändern, J.K. Rowling? Hat das Buch überhaupt ein Lektor gesehen, J.K. Rowling? J.K. Rowling! Wie schon bei Gringotts werden die Steinwände von flammenden Fackeln erhellt. Die Halle ist so groß, dass man die Decke schon gar nicht mehr sehen kann. Der Raum nach oben verschwindet ins endlose Nichts. Eine gewaltige Marmortreppe führt in die oberen Stockwerke und diese Treppe wird im Verlauf der Geschichte noch einmal wichtig. Doch nun werden die Erstklässler durch die Halle hindurchgeführt. Aus einem Gang, der sich rechts von Harry befindet, ertönt das Summen hunderter Stimmen und unser genialer Meisterdetektiv Harry Sherlock Potter kommt zu dem Schluss, dass die anderen Schüler schon da sind. Doch McGonagall führt sie nicht in die Halle hinein, sondern in eine kleine, leere Kammer nebendran. Aneinandergequetscht in diesem viel zu engen Raum, den man nicht hätte magisch vergrößern können oder so, schauen sich die Erstklässler aufgeregt um und beginnen zu tuscheln. Professor McGonagall heißt die Erstklässler alle herzlich willkommen in Hogwarts. Und auch ich heiße euch herzlich willkommen und zwar zu Fuck the Lair mit Fabi, but you! Wow, für diese Überleitung sollte ich eine literarische Auszeichnung bekommen. McGonagall hält nun eine ziemlich lange, dennoch wichtige Rede, denn sie erklärt, dass es in der Halle gleich ein festliches Bankett zur Eröffnung des Schuljahres gibt. Doch bevor die Kiddies alle was zu phrasen bekommen, werden sie auf die Häuser verteilt. Dies ist eine sehr wichtige Zeremonie, da das Haus auch gleichzeitig die Familie in Hogwarts ist. Denn mit den Leuten aus dem eigenen Haus hat man gemeinsam Unterricht, man schläft gemeinsam im Schlafsaal und verbringt seine Freizeit in den Gemeinschaftsräumen. Und endlich! Nach 126 Seiten Buchanalyse lernen wir endlich alle Schulhäuser kennen. Zwar wurden alle Häuser schon einmal namentlich erwähnt, aber es tut dennoch gut, alle einmal am Stück aufzuzählen. Es gibt Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Jedes dieser Häuser hat eine lange, ehrwürdige Geschichte und jedes Haus hat viele bedeutende Zauberer hervorgebracht. Nun beginnt Minerva von den Hauspunkten zu erzählen, denn während man in Hogwarts ist, holt man für große Leistungen Punkte für sein Haus. Hier Harry, 150 Punkte für die tolle Art und Weise, wie du atmest. Albus, was hast du hier zu suchen? Ich halte gerade eine Rede. Ach, Tschemal, die wird doch eh aus Copyright-Gründen von einem Podcaster zusammengefasst. Was denn für ein Podcaster und was für Copyright? Albus, sie fantasieren mal wieder. Es wird Zeit für ihre Medis. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Stopp, Minerva, nein, ich... Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Für große Leistungen verdienen die Schüler sich Punkte für ihr Haus dazu, jedoch wird ihnen für Fehlverhalten ebenfalls Punkte abgezogen. Mr. Potter, 150 Punkte Abzug für ihre schreckliche Art und Weise zu atmen. So, jetzt reicht es mir aber. Ich möchte doch nur meine Rede halten, ohne dass mir dauernd jemand dazwischen funkt. Bin schon weg, Minerva. Am Ende des Schuljahres erhält das Haus, das die meisten Punkte für sich gewinnen konnte, den Hauspokal. Eine überaus große Auszeichnung. McGonagall erklärt, dass sie hoffe, jeder Schüler sei eine Bereicherung für das Haus, in das er oder sie einsortiert wird. Die Einführungsfeier, die zusammen mit den anderen Schülern stattfinden würde, wird in wenigen Minuten beginnen. Und nun kommt ein Satz, den ich irgendwie amüsant finde, mir aber nicht ganz erklären kann, wieso eigentlich. Denn McGonagall sagt, dass die Schüler die Zeit beim Warten nutzen sollen, um sich so gut es geht zurechtzumachen. Und während sie das sagt, blickt sie auf Rons immer noch verschmierte Nase, sowie Neville's Umhang, der unter seinem linken Ohr befestigt ist. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber diese Stelle im Buch versprüht so viel Charme, dass man das an dieser Stelle einmal erwähnen muss. So, Minerva ist fertig mit ihrer Acht-Stunden-Rede, bei der wahrscheinlich die Hälfte der Kinder eingepennt ist. Aber man darf hier dann nicht böse sein, denn alte Frauen sind nun mal gerne etwas gesprächig und labern dir dann oft stundenlang die Ohren zu. Wir sind aber nun auch fertig, und zwar mit Was eigentlich nur Fakten waren, die alle Buchleser bereits kennen, da ist nur eine grobe Zusammenfassung einer ellenlangen Rede war gemischt mit einigen lustig wirkten Sketchen. Die Redaktion des Harry Potter Bookcast distanziert sich hier von jeglichen getroffenen Aussagen und weist darauf hin, dass wir nicht für Schäden an Lachmuskeln haften. Nachdem McGonagall gesagt hat, sie sollen sich zurecht machen, fummelt Harry nervös an seinem Haar herum und versucht es zu glätten. Die alle Dame sagt, dass sie zurückkommen würde, sobald alles vorbereitet sei und dass die Kinder ruhig bleiben sollen, während sie warten. Ja, und das war's dann. Mit diesen Worten geht McGonagall und lässt die Kinder eingepfercht in den viel zu kleinen Raum zurück. Das war's dann mit der Geschichte, die Kinder werden in dem Raum vergessen, verhungern elendig und fangen schließlich an, sich gegenseitig umzubringen und aufzuessen. Ende. Ach, was ein schönes Kinderbuch. Natürlich ist dies nicht das Ende, wäre ja auch etwas dämlich gewesen, wenn doch. Stattdessen stellt Harry Ron die Frage, wie denn festgelegt wird, wer in welches Haus kommt. Ron erklärt, dass er glaube, es handle sich um eine Art Prüfung. Seinem Bruder Fred hätte ihm erzählt, es würde sehr schmerzhaft sein, aber das sei vermutlich nur ein Witz gewesen. Wir haben ja bereits in den vergangenen Kapiteln festgestellt, dass man vielleicht nicht alles glauben sollte, was einem die Zwillinge erzählen, da sie gerne ihre Späße treiben. Harry bekommt fürchterlich Bammel vor dem, was ihn erwartet, denn mit einer Prüfung vor der gesamten Schule hat er überhaupt nicht gerechnet. Und vor allem kann er noch gar nicht zaubern, weil er bei den Dörstlichen nicht auf die Idee gekommen ist, mit seinem Zauberstab herum zu experimentieren. Hallo Harry, ich bin Hagrid. Du bist ein elfjähriges Kind. Hier hast du einen Zauberstab und sämtliche Bücher, in denen einige Zauber drinstehen. Jetzt musst du aber wieder zu deiner Assi-Familie zurück, wo du einen Monat eingesperrt bist. Aber nicht heimlich zaubern, ne? Okay. Unser lieber Harry zerbricht sich nun den Schädel darüber, was das für eine Prüfung ist, die ihn gleich erwartet. Ängstlich sieht er sich um und bemerkt, dass auch die anderen Schüler ziemlich Schiss haben. Lediglich Hermine flüstert sämtliche Zaubersprüche vor sich hin, die sie gelernt hatte und überlegt, welchen sie wohl benötigen würde. Harry versucht angestrengt wegzuhören. Noch nie in seinem Leben war er so nervös gewesen, nicht einmal, als er einen blauen Brief zu den Dörstleys bringen musste, in dem stand, Harry hätte auf mysteriöse Art und Weise die Perücke seines Lehrers blau gefärbt. Ja, ein blauer Brief für eine blaue Perücke, passt ja. Und ich habe mich wieder etwas gefragt. Und ihr wisst, was das bedeutet, nämlich wieder mal sehr viel Recherchearbeit für mich. Ich habe mich nämlich gewundert, warum der Brief blau ist. Der blaue Brief ist eine etwas veraltete, dennoch umgangssprachliche Bezeichnung für eine Mitteilung von der Schule, wenn die Versetzung gefährdet ist. Diese Bezeichnung stammt noch aus dem 18. Jahrhundert, als man königliche Anordnungen blickdicht verpackt und versiegelt hat. Man wollte ja nicht, dass irgendeine fremde Person den Brief lesen konnte und womöglich intime Geheimnisse ausgeplaudert werden. Ja, und weil man damals noch keine stylischen Amazon-Paketboxen hatte, die man dann dem Empfänger in den nächstgelegenen Gülle-Tümpel geschleudert hat, musste man kreativ werden. Nur weil es mich beschäftigt hat, der erste Pappkarton, der jemals entwickelt wurde, stammt aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts. Entwickelt wurde der Karton für ein Spiel namens The Game of Besieging, also auf Deutsch das Spiel der Belagerung. Hergestellt wurde die Kartonbox übrigens in Deutschland. Aber ich verfahre mich schon wieder. Jedenfalls hatte man im 18. Jahrhundert noch keine Kartons und deswegen musste man eine Lösung finden. Aus Stofffetzen von alten preußisch-blauen Uniformen wurde dann das Papier hergestellt. Euch jetzt das Verfahren zu erklären, wie das genau funktioniert, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Jedenfalls, und darauf möchte ich die ganze Zeit hinaus, wurden wichtige Schreiben dann oftmals in diesen blauen Papierumschlägen verschickt. Irgendwann hat sich im Volke dann der Begriff der blaue Brief eingebürgert und im Laufe der Zeit wurden damit dann Versetzungsmitteilungen in der Schule oder auch Kündigungsschreiben versendet. Auch heute noch gibt es ein paar Leute, die zu einem Kündigungsschreiben oder eben einer Mitteilung aus der Schule noch blauer Brief sagen. Und theoretisch wäre es möglich, einen solchen Brief in einem blau bedruckten Kuvert zu verschicken, macht man eigentlich aber nicht, weil diese gefärbten Umschläge kacke teuer sind und niemand so viel Geld dafür ausgeben will. So, wir haben wieder etwas gelernt, jetzt sind wir doch alle glücklich, oder? Nein. Denn diese blauen Briefe, die gibt es in Großbritannien überhaupt nicht. Dort erhält der Arbeitnehmer bei einer Kündigung das Formular P45, aber das ist was völlig anderes. Was hat Harry dann im englischen Original erhalten? Da ich die englische Ausgabe nicht besitze, habe ich mir auf Spotify das Hörbuch zu Harry Potter und der Stein der Weisen angehört und musste mühsam von Minute zu Minute skippen, bis ich das siebte Kapitel gefunden habe, denn da gab es keine Kapiteleinteilung, sondern nur die Acht-Stunden-Version am Stück. Doch ich habe schließlich herausgefunden, dass Harry einen School-Report, also eine schulische Mitteilung, bekommen hat. Wow, und dafür jetzt der ganze Aufwand? Really? Auch in dieser Sonderfolge hält Klaus Fritz mich wieder völlig auf Trab. Jetzt mal ohne Witz, Klaus Fritz ist wieder Dinkelberg von Cosmo und Wander. Immer wenn etwas scheiße läuft, gebe ich einfach ihm die Schuld. Dinkelberg! Klaus Fritz! Ja, klingt fast gleich. So, jetzt habe ich so viel Recherche betrieben über diesen dämlichen blauen Brief, dass ich völlig vergessen habe, mich über diese Schule lustig zu machen. Das darf natürlich nicht passieren, weswegen ich es an dieser Stelle nachholen werde. Also zur Erinnerung. Harry bekommt eine Mitteilung, weil er die Perücke seines Lehrers auf merkwürdige Weise blau gefärbt hat. Das heißt, man kann ihm nicht nachweisen, dass er es war und dennoch bekommt er einen Brief. Wie unfair ist das denn bitte? Da wir ohnehin schon Cosmo und Wander Vergleiche machen, kann ich anmerken, dass ich mir bei diesem Lehrer Mr. Crocker vorstelle, der Unterricht gibt und Harry auf dem Kieker hat. Potter, du hast meine Perücke blau gefärbt. Gib es zu! Nein, Professor, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich wette, du hattest Hilfe von deinen helfenden Elfen! Ja, so oder so ähnlich wird er sich zugetragen haben. Ich sollte mich übrigens langsam echt mal beeilen und mit diesem Kapitel fortfahren. Ich habe mittlerweile sechs Seiten Skript für zweieinhalb Seiten Buch geschrieben. Wie war das nochmal mit dem ganzen Kapitel in einer Folge zusammenfassen? Ja, das kann ja noch etwas dauern. Harry rutscht vor lauter Bammel das Herz in die Hose, denn, und ich muss wieder wörtlich zitieren, jeden Augenblick konnte Professor McGonagall zurückkehren und ihn in den Untergang führen. Ich finde diesen Satz etwas theatralisch, aber gut, was weiß ich schon. Harry kommt nicht mehr dazu, an sein bevorstehendes Ende zu denken, denn es passiert etwas, das ihn völlig ablenkt. Einige Schüler schreien erschrocken auf und auch Harry macht einen Sprung vor Schreck, denn durch die Wand hindurch sind einige Geister hereingeschwebt. Und die Beschreibung im Buch finde ich etwas witzig, die Geister werden nämlich beschrieben als perlweiß und fast durchsichtig. Perlweiß, so heißt diese eine Zahnpasta, die immer völlig überteuert in den Regalen bei DM vor sich hin gammelt. Ja, und diese Geister mit strahlenweißem Gebiss gleiten in den Raum hinein und ziehen sämtliche Blicke auf sich. Und unter den Potterheads herrscht scheinbar etwas Verwirrung darüber, wie viele Geister es denn eigentlich in Hogwarts gibt. Ich habe nämlich mal ein Quiz gemacht und da hieß es, es gebe nur neun Geister. Das ist zwar nicht ganz falsch, weil wir nur neun Geister beim Namen kennenlernen, aber das heißt nicht, dass es im ganzen Schloss nur neun Geister gibt. Allein in diesem Kapitel hier heißt es, soeben waren etwa 20 Geister durch die Wand hineingeschwebt. Mit der Frage, wie viele Geister es nun eigentlich gibt, werden wir uns aber noch zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen. Die Geister scheinen die neuen Schüler gar nicht zu bemerken, da sie sich streiten. Einer von ihnen, der aussieht wie ein fetter Mönch, sagt gerade, sie sollten IIM noch eine zweite Chance geben. Ja, und dieser Geist, der aussieht wie ein fetter Mönch, trägt den wundervollen Namen der fette Mönch. Einen anderen Namen trägt er nicht. Er wird von allen nur der fette Mönch genannt, weil das seiner optischen Beschreibung am nächsten kommt. Ja, ja, die Rowling hat es ja mit ihren fetten Menschen. Die fette Dame, der fette Mönch, die fette Hagrid, die fetten Dursleys, das fette Essen in der großen Halle, das scheint generell ihre Lieblingsbeschreibung für beleibdere Menschen zu sein. Der fette Mönch diskutiert gerade mit einem anderen Geist, der eine Halskrause und Strumpfhose trägt. Diesen Geist werden wir später im Kapitel noch einmal wiedersehen, deswegen möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Der fette Mönch ist der Meinung, sie sollten IIM noch eine Chance geben, doch der andere Geist räumt ein, dass sie Peeves doch schon so viele Chancen gegeben haben. Er würde sie alle in Verruf bringen und ist außerdem noch nicht einmal ein echter Geist. Von Peeves dürfte jeder von euch schon mal gehört haben, selbst wenn ihr vielleicht nicht die Bücher gelesen habt, es gibt nämlich sehr viele Erklärungsvideos zu ihm. Ich möchte kurz etwas zu seiner Person sagen, obwohl wir ihn gegen Ende des Kapitels sogar noch kennenlernen werden. Er ist der Poltergeist in Hogwarts, der gerne den grießgrämigen Hausmeister Mr. Filch in den Wahnsinn treibt und auch gerne mal die Schüler ärgert oder in schwierige Situationen bringt. In die Filme hat er es leider nicht geschafft, obwohl sogar einige Szenen mit ihm gedreht wurden, die waren dann aber weder in der Kinoversion noch in der Extended Version zu sehen. Meine Hoffnung ist eh, dass irgendwann eine Harry Potter Serie rauskommt, am besten von HBO, die machen nämlich die besten Serien und dann machen sie aus jedem Kapitel eine Folge. Das wäre mein Traum. Der Geist mit der Halskrause bemerkt nun plötzlich die anwesenden Erstklässler und fragt erschrocken, ach du Schreck, was macht ihr denn alle hier drinnen? Und für einen Geist, der schon seit sehr vielen Jahren in Hogwarts lebt und der eigentlich wissen müsste, dass jedes Jahr die Erstklässler mit einer speziellen Zeremonie eingeschult werden, ist das eine ziemlich dämliche Frage. Der fette Mönch scheint zu begreifen, was die Kiddies da in der viel zu engen Kammer machen. Lächelnd blickt er sie an und fragt, ihr seid die neuen Schüler, richtig? Werdet bestimmt gleich ausgewählt. Keiner der Schüler antwortet, einige nicken nur stumm und geben sich so, dem fetten Mönch zu verstehen. Ja, die haben alle noch etwas Bammel, die meisten von ihnen haben noch nie zuvor einen Geist gesehen, Harry eingeschlossen, wenn man Tante Petunia im Morgenmantel nicht mitzählt. Der fette Mönch ist aber ein sehr lieber Geist, er sagt den Schülern, dass er hoffe, sie in Hufflepuff zu sehen. Ja, denn der fette Mönch ist der Hausgeist von Hufflepuff und der vorher geführte Dialog, sie sollten Peeves doch noch eine zweite Chance geben, unterstreicht nochmal wunderbar die Charaktereigenschaften des Hauses. Denn Hufflepuffs sind loyal, sehen das Gute im Menschen und sind fleißig. Sie stehen für Kreativität und Toleranz und gelten manchmal als naiv und dümmlich, obwohl dieses Haus sehr viele tolle Zauberer hervorgebracht hat. Der fette Mönch kommt nicht mehr dazu, irgendwas zu sagen, denn eine strenge Stimme verscheucht ihn. Es ist die Stimme von Professor McGonagall, die in den Raum zurückgekehrt ist, um die Erstklässler abzuholen. Die Geister schweben durch die Wand auf der anderen Seite und verschwinden aus der Szenerie. Professor McGonagall fordert die Schüler dazu auf, sich in einer Reihe aufzustellen und ihr zu folgen. Huiuiui, also wenn die Kinder genauso gut sind im in einer Reihe aufstellen wie meine alte Klasse, dann gibt es ein großes Chaos und durcheinander, alle wuseln durcheinander und jeder beschwert sich über seinen Partner. Jaja, man kennt's. Aber die Hogwarts-Schüler müssen sich nicht zu zweit in einer Reihe aufstellen, sondern einzeln. Das haben sie im Film dann etwas abgeändert. Harry stellt sich hinter einen Jungen mit rotblondem Haar, merken sie sich das, werter Zuhörer, und Ron stellt sich hinter ihn. Im Gänsemarsch geht es hinaus aus dem kleinen Raum durch eine Doppeltür hinein in die große Halle. Die eintretenden Impressionen fluten Harrys Gehirn, er kann die Dinge gar nicht so schnell verarbeiten, wie er sie sieht, denn dieser Ort ist so überwältigend magisch, dass er nicht einmal davon träumen konnte. Über seinem Kopf schweben tausende Kerzen, die den Raum in helles Licht tauchen. Vier lange Tische ziehen sich durch den Raum, an denen die anderen Kinder sitzen und sie nun anglotzen. Am Ende der Halle steht ein weiterer langer Tisch, der ist für die Lehrer und steht quer, sodass die Lehrer einen Überblick auf die Schüler haben. Zu diesem Tisch führt Professor McGonagall die Schüler und Harry fällt auf, dass die Tische prunkvoll gedeckt sind mit schimmernden Goldtellern und Goldkälchen und Goldgabeln und Goldtaschentüchern zum Reinrotzen und ohnehin ist alles aus Gold. Wir wissen ja, dass Dumbledore einen Goldfetisch hat, Cold Mirrorspielung, bestimmt hat er in seiner goldenen Bude einen goldenen Aschenbecher, wo er seine Malboro Goldkippen hineinfallen lässt, bevor er sich auf seinen goldenen Thron setzt. Gefolgt von den Blicken der anderen Schüler marschieren die Erstklässler durch die Halle und weil es dem kleinen Harry etwas unangenehm ist, von allen angestarrt zu werden, richtet er den Blick nach oben. Nun bemerkt er auch die Hauptattraktion der großen Halle, die samtschwarze, mit leuchtenden Sternen übersehte Decke. Im Hintergrund hört er Hermine, die olle Streberin, quasseln und sie erklärt uns praktischerweise, dass die Decke so verzaubert wurde, dass sie wie der Himmel draußen aussieht. Angeberisch prahlt sie damit, dass sie das in Geschichte Hogwarts gelesen hat. Und wenn ihr meinen Podcast aufmerksam verfolgt und nicht jedes Mal dabei einpennt oder nebenbei aufräumt und eh nicht zuhört oder beim Kacken seid und gerade angestrengt am Pressen seid, dann dürfte euch noch in Erinnerung sein, dass ich in der letzten Folge dieses Buch schon einmal erwähnt habe. Und ich möchte nun die ohnehin schon knappe Zeit damit füllen, etwas über dieses Buch zu erzählen, denn es gibt einige Fakten darüber, die ich nur zu gerne einstreue. In dem Buch Geschichte Hogwarts geht es vor allem um die baulichen Besonderheiten des Schlosses, wie eben die verzauberte Decke oder die Zugänge zu den Schlafseelen. In dem Buch steht auch drin, dass in der Umgebung des Schlosses so viel Magie in der Luft liegt, dass Muggelelektrizität nicht funktioniert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in diesem Buch auch etwas über die Gründer steht und die Art und Weise, wie man in die Häuser einsortiert wird. Das unterstreicht noch einmal meine Theorie aus der letzten Folge, dass Hermine doch eigentlich wissen müsse, nach welchen Kriterien man in die Häuser einsortiert wird. In Geschichte Hogwarts steht auch einiges über die Legende der Kammer des Schreckens, weswegen es im zweiten Buch sehr beliebt und aus der Bücherei vergriffen ist. Und im vierten Band entwickelt Hermine einen regelrechten Hass auf das Buch. Warum, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Da müsst ihr euch noch sehr, sehr lange gedulden, bis wir da hinkommen. Harry ist ganz fasziniert von der magischen Decke. Er kann gar nicht so wirklich glauben, dass die Halle überhaupt eine Decke hat. Vielmehr sieht es so aus, als würde sie sich in die endlose Weite des Himmels erstrecken. Professor McGonagall führt die Erstklässler zu einem einfachen, vierbeinigen Stuhl. Nein, kein vergoldeter Thron wie Dumbledore ihn hat, es ist ein einfacher Holzstuhl. Auf diesen Stuhl legt sie einen zerfledderten und ziemlich schmutzigen Spitzhut. Harrys Gedanken verraten uns, dass Tante Petunia dieser Hut niemals ins Haus gekommen wäre. Und schon wieder denkt Harry an die Dursleys, obwohl er gerade in einer fucking Zauberschule ist. Sein Herz beginnt zu rasen, seine Gedanken kreisen und er überlegt, ob er vielleicht aus diesem Hut einen Hasen hervorzaubern muss. Jaja, kennt man sie nicht alle, die berühmten Zauber aus Harry Potter, mit denen man ein Kaninchen aus dem Hut zieht. Abracadabra, simsalabim, hokus pokus. Außerdem, was ist der Unterschied zwischen einem Hasen und einem Kaninchen? Und warum stelle ich mir überhaupt solche random dämlichen Fragen? Zur Antwort, Hasen sind meistens Einzelgänger, während Kaninchen lieber im Rudel leben. Außerdem sind Kaninchen etwas kleiner. Die Erstklässler versammeln sich vor dem Stuhl und glotzen schweigend den gammligen Hut an. Einen Augenblick passiert gar nichts, dann bildet sich ein Riss nahe der Krempel und der Spitzhut beginnt, ein Lied zu singen. Ich würde euch dieses Lied natürlich nur zu gerne mit meiner enges, zarten Stimme vorsingen, aber leider Copyright und so. Ja, da darf ich das nicht. Ja, aus Copyright Gründen. Aber ich werde euch das Lied zusammenfassen, da es eigentlich recht wichtig ist, da wir noch mehr über die Häuser und die verschiedenen Charaktereigenschaften erfahren und ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, dass das nicht im Film vorkam. Im Groben und Ganzen gibt der Hut erstmal mega damit an, dass er der intelligenteste aller Hüte ist. Er erklärt, dass man den Hut aufsetzen muss und dann einsortiert wird. Die vier Häuser zeichnen sich durch folgende Charaktermerkmale aus. Gryffindor steht für Tapferkeit und Mut. In Hufflepuff ist man gerecht, treu, hilfsbereit und fleißig. Nach Ravenclaw kommen die intelligenten Denker, die sehr gelehrsam und weise sind. Und Slytherin, das ist das Haus der List und Tücke und des Ehrgeizes, aber hier wird man noch auf wahre Freundschaft stoßen. Der Hut beendet sein Lied damit, dass die Schüler keine Angst haben müssen und dem sprechenden Hut vertrauen sollen. Nach dem Ständchen von Klein Huti bricht ein Beifall aus, alle klatschen und jubeln, während der Hut sich voll und ganz dem Augenblick der Aufmerksamkeit hingibt. Ron ist völlig erleichtert, er raunt Harry ins Ohr, wir müssen also bloß den Hut aufsetzen. Ja Ron, Harry stand daneben, er hat das Lied auch gehört. Ron erzählt weiter, er würde Fred umbringen, weil dieser ihm erzählt hatte, er müsse einen Ringkampf mit einem Troll führen. Müde lächelt Harry, auch er ist begeistert, nur den Hut aufsetzen zu müssen, auch wenn es ihm lieber gewesen wäre, wenn nicht alle dabei zugeschaut hätten. Professor McGonagall tritt nach vorne mit einer langen Pergamentrolle, die sie sich irgendwoher herausgezogen hat. Keine Ahnung, mit der Frage beschäftige ich mich lieber nicht. Sie erklärt den Schülern, dass sie diese nun aufrufen würde und diese dann nach vorne kommen, sich den Hut aufsetzen und anschließend hinsetzen sollen. In welcher Reihenfolge soll ich das nochmal machen, Professor McGonagall? Ich soll mich auf den Hut setzen und mir den Stuhl auf den Kopf tun? Ich hab das nicht ganz verstanden, Professor McGonagall. Könnten Sie das vielleicht nochmal erklären? Professor McGonagall? Im Gegensatz zum Film werden die Kinder im Buch in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Da die folgenden Seiten sich nur noch mit den Kindern beschäftigen und wie sie sortiert werden, fasse ich euch das nun zu sammeln. Hannah Abbott wird nach Hufflepuff einsortiert. Ja, unwichtige Statistenkinder kommen nach Hufflepuff, könnte man jetzt denken. Aber in dem Theaterstück Das verwunschene Kind taucht sie wieder auf, denn, Achtung, Spoiler, sie heiratet Neville Longbottom. Ja, von wegen Luna und Neville, das ist ja voll der Scheiß. Wer will das schon? Neville hat jemand Besseren verdient, deswegen verkuppel ich ihn mit, mit... Hannah Abbott! Ja, das mache ich jetzt so. Ich als Autorin! Und wen verkuppeln sie dann mit Luna? Ja, die verkuppel ich mit, äh, mit, äh, Rolf Scamander. Das ist der Enkel von Newt Scamander aus Fantastische Tierwesen. So kann ich einen emotionalen Bezug zu der neuen Reihe herstellen. Hannah Abbott wird also nach Hufflepuff einsortiert, ebenso wie eine gewisse Susan Bones. Ich werde nicht mehr großartig auf die einzelnen Namen eingehen, sondern vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Da dieser Podcast dann sich noch länger wird. Ich bin nämlich noch nicht mal bei der Hälfte des Kapitels. Terry Boot kommt nach Ravenclaw. In einigen älteren Aufzeichnungen von Rowling steht er noch als Trevor Boot drinnen. Den Namen wollte sie dann doch lieber Neville's Kröte geben. Deswegen hat sie das im Nachgang noch mal geändert. Mandy Brockelhurst, Bockwurst, äh, ähm, wird ebenfalls nach Ravenclaw gesteckt. Sie ist ein ganz besonders mysteriöser Charakter, der für ganz viel Verwirrung unter den Potterheads gesorgt hat. Warum, das werden wir an anderer Stelle noch genau erfahren. Lavender Brown wird nach Gryffindor einsortiert. Kleiner Funfact am Rande, denn Klaus Fritz hat hier auch einen Übersetzungsfehler gemacht, der im Nachhinein dann wieder korrigiert werden musste. Nämlich hat er übersetzt, dass Lavender Brown DER erste Gryffindor-Schüler wurde, obwohl sie ein Mädchen ist. Ein Mädchen namens Millicent Bullstrode kommt nach Slytherin. Sie wird erst im zweiten Buch noch einmal wichtig. Vom Buchstaben B im Nachnamen kommt nun ein Sprung zum Buchstaben F. Es folgt der Schüler Justin Finch-Flatchley, ein Hufflepuff, der ebenfalls im zweiten Buch noch einmal wichtig wird. Als nächstes kommt Seamus Finnegan und der Leser stellt fest, dass das der rotblonde Junge ist, der vor Harry in der Schlange gelaufen ist. Na, habt ihr euch das gemerkt? Ich hab euch doch gesagt, merkt euch das, es wird wichtig. Er wird natürlich nach Gryffindor einsortiert und kommt in der Geschichte noch sehr oft vor. Keine Sorge. Es folgt Hermine Granger, die sich zielstrebig den Hut auf den Kopf klatscht und prompt nach Gryffindor einsortiert wird. Aber war das wirklich so prompt? Das werden wir im Laufe der Folge noch herausfinden. Ron stöhnt auf und Harry bekommt Angst, was wohl passieren würde, wenn der Hut ihn gar nicht in ein Haus stecken würde. Was ist, wenn er nur eine Ewigkeit da sitzt und Professor McGonagall irgendwann erklärt, dass es ein Irrtum gewesen war, ihn herzubringen und er wieder zu den Dursleys muss? Ja, gute Frage, solche Hut-Klemmer gibt es immer mal wieder in der Geschichte Hogwarts. Get it? Weil wir doch vorhin das Buch hatten und ach, wird es ja nicht lustig, wenn man sie erklärt. Die sogenannten Hut-Klemmer, das sind die Leute, bei denen der Hut länger als 5 Minuten braucht, um sie in ein passendes Hogwarts-Haus zu sortieren. Das kann daran liegen, dass die Persönlichkeit des Hut-Klemmers auf mehrere Häuser-Eigenschaften zutrifft. Und wie immer hat Rowling dann im Nachhinein einen langen Artikel auf Pottermore veröffentlicht, indem sie den Begriff Hut-Klemmer erklärt und uns natürlich einige Beispiele kredenzt. Richtige Hut-Klemmer gibt es selten, sie kommen nur etwa einmal alle 50 Jahre vor. Professor Flitwig zum Beispiel war ein solch seltener Fall, der Hut brauchte eine Ewigkeit, um sich zwischen Ravenclaw und Gryffindor zu entscheiden. Ein anderer dieser seltenen Hut-Klemmer ist Peter Pettigrew, bei ihm konnte sich der Hut nicht zwischen Gryffindor und Slytherin entscheiden. Natürlich gibt es auch die sogenannten Beinahe-Hut-Klemmer, zu ihnen gehört unter anderem Gilderoy Lockhart, der Hut tendierte zunächst dazu, ihn nach Slytherin zu sortieren, ehe er sich doch für Ravenclaw entschied. Auch Hermine Granger soll ein solcher Fall gewesen sein, denn der Hut struggelte zwischen Gryffindor und Ravenclaw. Das zumindest schreibt Rowling of Pottermore. Im Buch wird diese Verzögerung aber überhaupt nicht erwähnt. Da steht nur, und das lese ich wörtlich vor als Zitat, damit ihr wisst, wovon ich rede, Hermine ging eilig auf den Stuhl zu und packte sich den Hut begierig auf den Kopf. Gryffindor, rief der Hut. Ron stöhnte. Also davon, dass das etwas länger gedauert hat, steht hier nichts. Im Gegenteil, man könnte meinen, die Entscheidung des Hutes wäre sehr schnell gegangen. Aber gut, das nur am Rande. Harry befürchtet, ein extremer Hut-Klemmer zu sein, der nach ewigen Hin und Her immer noch nicht einsortiert wird. Er hat Angst davor, dass McGonagall die Geduld verliert und ihm den Hut vom Kopf reißt. Keine Sorge, Harry, McGonagall war nämlich selbst auch ein Hut-Klemmer. Der sprechende Hut brauchte 5,5 Minuten, um sie einzusortieren und sich zwischen Ravenclaw und Gryffindor zu entscheiden. Einen Fall, dass jemand gar nicht einsortiert wurde, gibt es meines Wissens nicht. Müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis Rowling wieder was dazu dichtet und es als Canon vertickern möchte. Als nächstes wird Neville Longbottom einsortiert, auch er ist einer der sogenannten Beinahe-Hut-Klemmer, bei ihm wird aber auch beschrieben, dass der Hut länger gebraucht hat, um ihn einzusortieren. Grund hierfür war aber nicht, dass der Hut sich nicht entscheiden konnte, sondern Neville Longbottom. Er sah sich selbst nämlich nicht als Gryffindor, sondern eher als Hufflepuff und bat den Hut auch darum, nach Hufflepuff zu kommen. Doch dieser setzte sich durch und steckte ihn nach Gryffindor. Ja, ist ja scheißegal, was du willst. Ich bin der sprechende Hut, also entscheide ich, wer wohin sortiert wird. Oh, hallo Harry, du möchtest nach Gryffindor? Kriegst du? Also etwas unverständlich, aber der sprechende Hut wird schon seine Gründe haben. Als Neville schließlich nach Gryffindor sortiert wird, rennt er mit dem Hut los und muss dann unter tosendem Gelächter zurücklaufen und ihn an eine Schülerin namens Morag MacDougal übergeben. Die wird übrigens nach Ravenclaw einsortiert und taucht nie wieder auf. Draco Malfoy wird nach Slytherin einsortiert. Er ist kein Hutklemmer, im Gegenteil, er wird schon einsortiert, noch bevor der Hut seinen zarten Kopf berührt hat. Er geht hinüber zu seinen Freunden Crab und Goyle, die beide nach Slytherin einsortiert wurden, ohne dass wir es mitbekommen haben. Ja, hallo, ich bin Jacky Rowling und ich erfinde 100 Namen, die nie wieder vorkommen und lass ihnen Häuser sortiert werden, aber Charaktere, die bereits vorkamen, sortiere ich nicht ein. Warum auch? Interessiert doch eh keinen. Es sind nicht mehr viele, die übrig sind und nun werden einige Nachnamen genannt, nämlich Moon, Nott, Parkinson, Patil und Patil. Moon, der Name hat mir nichts gesagt, sie ist auch völlig unwichtig für die Geschichte. Rowling hat aber später ihren Vornamen gedroppt, nämlich Lily. Lily Moon, das klingt, es hätten Remus und Lily ein Kind gehabt und das dann völlig unkreativ benannt, aber ja gut, was weiß ich schon. Diese Lily Moon taucht nie wieder auf, auch nicht an späteren Zeitpunkten in der Geschichte. Zum Beispiel werden im fünften Jahr die Schüler aufgerufen, sich ihre Zaubergrad-Tests abzuholen. Da taucht ihr Name nicht auf, er hätte eigentlich nach Malfoy folgen müssen, wurde aber nicht genannt. Ich glaube, Rowling hat einfach nur vergessen, sie wieder mit einzubauen, kann ja passieren bei so vielen Namen, es gibt aber die Theorie, dass sie die Prüfungen gar nicht hatte antreten dürfen. Ja, da war sie wohl zu schlecht in der Schule, hat sie in Kräuterkunde gepennt. Wie auch immer, das Geheimnis um diese mysteriöse Lily Moon ist noch nicht gelüftet. Als nächstes auf der Liste steht der Name Nott, bei ihm handelt es sich um den Schüler Theodore Nott, einem Slytherin, der in der Geschichte immer wieder mal auftauchen wird. Dann haben wir noch Parkinson, ihr Vornamen ist Pansy und ich finde diesen Namen besonders lustig, weil Pansy wie Pansen klingt, also ein Rindermagen und Parkinson wie die Krankheit Morbus Parkinson. Was viele nicht wissen, ist, dass ich tatsächlich examinierter Krankenpflegehelfer bin und da habe ich einiges über diese Krankheit lernen müssen. Deswegen muss ich jedes Mal bei diesem Namen an die Krankheit Parkinson denken. Unsere liebe Schülerin Kuhmagenzitteranfall wird nach Slytherin gesteckt. Auch sie taucht immer wieder als Nebencharakter in den Harry Potter Büchern auf. Als nächstes folgen Patil und Patil. Das sind die beiden Zwillingsschwestern Padma und Pavati. In den Filmen sind beide im Haus Gryffindor. In den Büchern kommt lediglich Pavati nach Gryffindor und Padma nach Ravenclaw. Schließlich wird noch eine gewisse Sally and Perks einsortiert. Über sie weiß man auch so gut wie gar nichts, da sie nie wieder auftaucht. Wir wissen nicht einmal in welches Haus sie einsortiert wird. Wir kennen nur ihren Namen. Sally and Perks. Aber eine lustige Anmerkung kann ich machen, denn es ist immer wieder lustig, was dabei herauskommt, wenn man sich mal anschaut, wie verschiedene Charaktere in andere Sprachen übersetzt wurden. Und diese Sally and Perks heißt in der norwegischen Ausgabe Anna Clara Pomp. Noch witziger ist nur die Afrikaans Version. Da heißt sie nämlich Wolfgang Petzl. No joke, sie heißt da wirklich so. Aber dat nur am Rande, denn Sally and Anna Clara Pomp Wolfgang Petzl taucht nie wieder auf. Schließlich ist es soweit und endlich kann Harry das Podium betreten. Und als sein Name ausgesprochen wird, beginnt ein aufgeregtes Raunen unter den Schülern. Und wieder mal muss ich euch einen Satz zitieren, den ich irgendwie witzig und verwirrend zugleich finde. Als Harry vortrat, entflammten plötzlich überall in der Halle Feuer. Kleine, zischelnde, geflüchter Feuer. Okay, von diesem Satz kann man jetzt halten, was man will. Ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich verstörend. Und ich war wieder mal neugierig und wollte wissen, was hat Rowling da eigentlich auf Englisch geschrieben? Also wieder mal die englische Audiobook Version angeschmissen, ewig lange bis zu der richtigen Stelle geskippt. Und siehe da, im Englischen geht der Satz anders. As Harry stepped forward, Whispers suddenly broke out, like hissing fires all over the hall. Entschuldigt bitte meinen deutschen Akzent. Wenn man diesen Satz richtig übersetzt, dann heißt es so viel wie, als Harry vortrat, brach überall in der Halle plötzlich ein Flüstern aus, wie zischende Flammen. Also da hat Klaus Fritz sich beim Übersetzen der Bücher sehr viel künstlerische Freiheit herausgenommen. Ich bin ohnehin am Überlegen, ob ich mir nicht wieder die englischen Bücher von Harry Potter zulege, dann muss ich es nicht immer so aufwendig vergleichen. Ich habe sogar noch von einem Buch die englische Version hier bei mir rumliegen und ich hatte auch mal alle, aber die sind im Laufe der Jahre bei Umzügen verschollen gegangen. Ich muss mal, wenn ich wieder bei meiner Oma bin, in den Keller schauen. Da stehen nämlich noch ganz viele Kisten mit Büchern herum und irgendwo da drin müssten auch noch die englischen Ausgaben von Harry Potter sein und vor sich hin gammeln. Aber gut, machen wir mal weiter. Nachdem Harrys Namen ausgerufen wurde, bricht ein Tuscheln und Flüstern aus, schließlich ist Harry aufgrund seiner Vorgeschichte sehr berühmt. Er setzt sich den Hut auf und es entsteht eine nicht hörbare Diskussion. In seinem Kopf hört Harry die piepsige Stimme des Hutes. Dieser möchte Harry nach Slytherin stecken, Harry möchte aber nicht und kommt schließlich nach Gryffindor. Übrigens zählt Harry auch zu den sogenannten Beinahe-Hutklemmern, aufgrund der Diskussion, die man wunderbar in ein paar Sätzen zusammenfassen kann. Das Wort Gryffindor brüllt der Hut für alle verständlicher vor. Den Dialog mit dem Hut hat außer Harry und uns allwissenden Lesern niemanden mitbekommen. Mit zittrigen Knien nimmt er den Hut ab und watschelt hinüber zum Gryffindortisch. Er ist so überwältigt, dass er gar nicht mitbekommt, dass er den lautesten Beifall von allen bekommt. Percy Weasley steht auf und schüttelt Harry energisch die Hand. Fred und George rufen Wir haben Potter! Wir haben Potter! Harry setzt sich auf den Platz gegenüber dem Geist mit der Halskrause. Diesen Geist haben wir vorhin schon kennengelernt, nun tätschelt er Harry den Arm. Das Gefühl, von einem Geist berührt zu werden, wird hier beschrieben, als würde man mit eiskalbem Wasser in Kontakt kommen. Und ich weiß nicht, wieso, aber wenn ich in Hogwarts wäre, würde ich wahrscheinlich den halben Tag hinter irgendwelchen Geistern herrennen, um meine Hand durch sich hindurch zu strecken, weil ich das irgendwie faszinierend finde. Ja! Sie schon wieder! Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe! Nein, ich möchte meine Hand in dich hineinstecken! Nein! Hier geblieben! Bleib stehen! Ja! So oder so ähnlich würde es sich zutragen. Harry ist natürlich nicht so ein Psychopath wie ich, sondern findet die Berührung von diesem Geist eher unangenehm. Von seinem Sitzplatz aus hat Harry nun einen wunderbaren Ausblick auf den hohen Tisch. An einem Ende sitzt Hagrid, der Harrys Blick erwidert und ihm den Daumen nach oben zeigt. Harry schenkt ihm ein freudiges Grinsen. In der Mitte des Tisches auf einem großen, goldenen Sitz hat Albus Dumbledore sein Gesäß niedergelassen. Harry erkennt, dass das Dumbledore ist, denn er hat ja im Zug die Schokofroschkarte von ihm gesehen. Das silbrige Haar des alten Mannes leuchtet fast genauso hell wie die Geister. Ich wette, er hat da bestimmt so ein spezielles Shampoo für strahlend leuchtendes Haar erhältlich in Dr. Malpeppers Apothecary. Es gibt noch einen weiteren Lehrer, den Harry erkennt, nämlich Professor Quirrell, der nervöse junge Mann, den er bereits im tropfenden Kessel kennengelernt hat. Sein optisches Erscheinungsbild hat sich etwas geändert, denn er trägt einen großen, purpuroten Turban, der etwas lächerlich aussieht. Warum er diesen trägt, das erfahren wir an einer anderen Stelle im Buch. Ich möchte das jetzt noch nicht verraten und somit den ganzen Plot vorwegnehmen. Während Harry alles ganz genau observiert und bis ins kleinste Detail analysiert, geht die Einsortierung der Schüler weiter. Gerade wird eine gewisse Lisa Turpin nach Ravenclaw einsortiert. Auch sie ist ein random Statistengurl, das ansonsten nie wieder auftaucht. Rowling hat aber mal in einem Interview gesagt, dass ihr Patronus ein Einhorn sei und ihr Irrwicht nach Slytherin sortiert zu werden. Ah ja. Schließlich ist Ron an der Reihe und zu Harrys Erleichterung wird auch dieser nach Gryffindor einsortiert. Wie die anderen Gryffindor-Schüler klatscht Harry laut Beifall, während sich Ron auf den Stuhl neben ihm plumpsen lässt. Und als ich dieses Kapitel gelesen habe, ist mir an dieser Stelle ein Fehler aufgefallen. Ein fataler Fehler. Ich möchte nun dem werten Zuhörer die Möglichkeit geben, diesen Fehler selbst zu finden und lese daher den besagten Satz vor. Gut gemacht Ron, hervorragend, sagte Percy Weasley wichtig-tuerisch über Harrys Kopf hinweg, während Zabini Blaze zu einer Slytherin gemacht wurde. Habt ihr's bemerkt? Ist es euch aufgefallen? Blaze Zabini wurde zu einer Slytherin. Seit wann ist Blaze denn bitte eine Frau? Doch es ist kein Übersetzungsfehler von Klaus Fritz. Es ist auch kein direkter Schusselfehler von Rowling. Aber wessen schuld ist es dann? Tauchen wir ein in die Abgründe dieses Fehlers. Denn im englischen Original ist die Formulierung etwas unklar. Im Buch steht nur drinnen Zabini Blaze was made a Slytherin. Viele Leute, unter anderem auch Klaus Fritz, sind also davon ausgegangen, dass Blaze eine Frau ist. Rowling hat diesen Irrtum dann in einem Interview richtiggestellt und ab Band 6 taucht Blaze dann auch tatsächlich als männlicher Schüler auf. Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, dass Blaze eigentlich nie in den Büchern hätte auftauchen sollen, aber als kleine Anekdote an diesen Irrtum hat Rowling ihn dann tatsächlich ab Band 6 vorkommen lassen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Es ist nur eine Theorie von mir, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen und fände das auch irgendwie schön. Blaze Zabini ist übrigens der letzte Schüler, der einsortiert wird und nachdem er aufgestanden ist, rollt Professor McGonagall die Liste zusammen und trägt den sprechenden Hut davon. Und ich hätte da mal eine Frage. Meine werte Community weiß, was das bedeutet. Es folgt eine lange, lange Recherche auf Spurensuche. Ich habe mich nämlich gefragt, wie lange es dauert, die ganzen Schüler einzusortieren. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas weiter ausholen. Immer wieder stellen sich Leute die Frage, wie viele Schüler denn eigentlich nach Hogwarts gehen. Und im Rahmen jahrelanger, detailreicher Vorüberlegungen hat Rowling eine Liste zusammengestellt, welche Schüler denn mit Harry im selben Jahrgang sind. Sie hatte für jedes Haus genau 5 männliche und 5 weibliche Charaktere erfunden und dann familiäre Hintergründe und auch den Blutstatus dazu geschrieben. Nicht alle Namen, die auf dieser Liste stehen, sind dann auch tatsächlich in den Harry Potter Romanen aufgetaucht und teilweise hat Rowling dann auch ihre Namen für andere Charaktere hergenommen. Aber sie hat zumindest für den ersten Jahrgang pro Haus 10 Charaktere erstellt, also insgesamt 40. Und diese Schüler heißen auch die originalen 40. Zum ersten Mal ist diese Liste mit den Namen 2001 in der Dokumentation Harry and Me aufgetaucht, mittlerweile ist diese Liste aber auch auf Pottermore oder in Wikipedia zu sehen. Gehen wir also wirklich mal davon aus, dass es pro Jahrgang 40 Schüler gibt. Legen wir mal die Pauschale fest, dass der Hut pro Kind etwa 2 Minuten braucht, da ist dann auch schon eingerechnet, wie lange McGonagall braucht, um die Kinder aufzurufen und die Zeit, die die Kinder brauchen, um sich auf den Stuhl zu setzen. Dann würde diese Zeremonie trotzdem ganze 80 Minuten dauern und dann gibt es noch Leute wie Harry oder Neville, bei denen der Hut dann extra lange braucht, um sich zu entscheiden. Dann sitzen also die anderen Schüler nach einer Stunde lang Zugfahrt, wahrscheinlich völlig ausgehungert, in dieser Halle und müssen etwa eineinhalb Stunden dabei zusehen, wie irgendwelche Kinder einsortiert werden. Plus singt der Hut jedes Mal dann ein ewiges Lied und bis die Kiddies dann erstmal in die Halle geführt werden, dauert es ja auch nochmal. Wir können also davon ausgehen, dass die ganze Zeremonie mindestens zwei Stunden dauert. Huiuiui. Im Übrigen, weil dieser Podcast ja nicht schon ohnehin lang genug wird, ich habe ja vorhin gesagt, dass auf Rawlings Liste einige Namen stehen, die nie in den Harry Potter Büchern genannt wurden, wie zum Beispiel Stephen Cornfoot oder Kevin Antwistle, Wayne Hopkins, Sue Lee, Megan Jones oder auch der Name Quirrell. Ja, ursprünglich sollte es einen Schüler namens Quirrell geben, diesen Namen hat Rowling dann aber später dem guten alten Professor Quirrell gegeben. Spannend, was ich wieder mal so alles ans Licht bringe, was niemanden interessiert und auch nie wieder von irgendeiner Wichtigkeit in meinem Leben wird. Nachdem nun endlich alle Schüler einsortiert sind, trägt Professor McGonagall den sprechenden Hut davon. Harry blickt auf seinen Goldteller herab und verspürt in seinem Magen ein starkes Hungergefühl. Doch er muss sich noch kurz gedulden, denn nun erhebt sich unser lieber Albus Dumbledore. Freudig begrüßt er die Schüler zu einem neuen Jahr in Hogwarts und lässt gleich noch ein paar Worte zum Beginn des neuen Schuljahres los. Und diese Worte lauten Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. Ja, das sind die Worte einer der wohl berühmtesten Reden Dumbledores. Original in diesem Wortlaut. Und wenn man das dann so als kleines Kind liest, denkt man sich so WTF, was läuft falsch bei diesem Opi? Nun, da ich selber schon fast ein Opi bin und mich intensiv mit dieser Rede auseinandergesetzt habe, denke ich mir WTF, was läuft falsch bei diesem Opi? Da hat er sich bestimmt am Vorabend eine Dokumentation über die Dursleys in seinem Flatscreen 120 Zoll Denkarium angeschaut und das ist ihm davon noch hängen geblieben. Nach Dumbledores Rede bricht ein wildes Klatschen aus, nur Harry weiß nicht so wirklich, ob er lachen soll. Er beugt sich zu Percy rüber und fragt ihn, ob Dumbledore verrückt ist. Percy erklärt ihm, dass Dumbledore ein Genie ist, der beste Zauberer der Welt. Dennoch gibt er zu, dass Dumbledore durchaus etwas verrückt ist. Dann fragt er Harry, ob er ein paar Kartoffeln haben möchte. Harry beginnt zu staunen, denn der Tisch vor ihm ist plötzlich über und über mit Essen versehen. Ja, wie plötzlich? Hat das keiner mitbekommen? Gab's kein Let the Feast Beginn von Dumbledore? Ach nee, der war ja zu beschäftigt mit Schwachkopf, Schwabbel, Speck, Krims, Krams, Quiek. Vielleicht ist das auch einfach nur ein geheimer Zauber, um Essen heraufzubeschwören. Ich muss dazu eine Theorie veröffentlichen. Jedenfalls ist das Fest es nun zu Harrys Erleichterung eröffnen. Und in diesen Hallen gibt es mehr Essen, als sie alle jemals hätten verdrücken können und auch Sachen, die selbst ich noch nie in meinem Leben gekostet habe. Es gibt Schweine und Lammkoteletts, Würste, Schinken, Roast Beef, Steak, also perfekt für Vegetarier. Natürlich gibt es auch Bratkartoffeln, Pellkartoffeln und Pommes. Kartoffeln aus deutschem Anbau! Und es gibt natürlich auch etwas Gemüse und lecker Nachtisch. Rowling schreibt, dass Harry bei den Dursleys nicht gerade hungern musste, sich aber nie so viel nehmen durfte, wie er wollte. Deswegen langt Harry nun zu, was das Zeug hält und beginnt, alles Mögliche auf den Teller zu häufen. Lediglich einer am Gryffindor-Tisch bekommt nichts zu essen, es ist der Geist mit der Halskrause, der traurig dabei zusieht, wie die Schüler all die leckeren Speisen konsumieren. Harry bemerkt die bedrückte Stimmung und fragt ihn, ob er nichts essen könne. Der Geist erklärt, dass er seit fast 400 Jahren nichts mehr gegessen hat. Und hier ist wieder mal ein Fehler passiert. J.K. Rowling hat geschludert. Sie hat sich nicht richtig konzentriert. Denn im zweiten Teil erfahren wir, Achtung, Spoiler, dass dieser besondere Geist seinen 500. Todestag feiert. Daher ist die Aussage, er hätte seit fast 400 Jahren nichts gegessen. Falsch. Das wurde dann in den späteren Ausgaben auch geändert. Da heißt es dann, er hätte seit fast 500 Jahren nichts gegessen. In meiner Ausgabe steht aber noch 400 Jahre drin. Der Geist erklärt, dass er auch gar nichts zu essen brauche, da er ja schon tot ist, aber er würde es gelegentlich dennoch vermissen. Nun stellt er sich Harry und uns aufmerksamen Lesern vor. Sein Name ist Nicholas de Mimpsi-Porpington und er ist der Hausgeist von Gryffindor. Bei Erwähnung dieses Namens scheint es bei Ron zu klingeln, aus ihm platzt es regelrecht hervor, dass er wisse, wer er ist, da ihm seine Brüder von ihm erzählt haben. Er ist der fast kopflose Nick. Die Bezeichnung fast kopfloser Nick scheint Sir Nicholas de Mimpsi-Porpington überhaupt nicht gerne zu hören. Er weist Ron darauf hin, dass er es fortzieht, bei seinem echten Namen gerufen zu werden. Doch das scheint keiner wahrzunehmen, denn Seamus Finnegan unterbricht ihn und fragt, fast kopflos? Wie ist das denn möglich? Diesen Satz haben sie im Film Hermine übertragen und ich finde ihren arroganten Tonfall in der deutschen Synchro jedes Mal so lustig. Fast kopflos? Geht denn das? Widerwillig und überhaupt nicht erfreut zeigt Sir Nicholas de Mimpsi-Porpington, dass es eben doch möglich ist, fast kopflos zu sein. Er zieht sich selbst an seinem linken Ohr und der Kopf kippt vom Hals auf die Schulter. Lediglich durch einige Sehnen noch miteinander verbunden, baumelt der Kopf in der Luft herum. Warum das so ist, das erklärt er uns an dieser Stelle noch nicht. Harry hat aber die Vermutung, jemand hätte versucht, ihn zu köpfen und wäre daran kläglich gescheitert. Sir Nicholas, der Mimbel-Paprika-Karton, scheint die verdutzten Blicke der Kleinkinder zu genießen und packt seinen Kopf wieder zurück auf die Schultern. Anschließend richtet er sich an die neuen Gryffindors und erklärt ihnen, dass sie sich anstrengen müssen, um die Hausmeisterschaft zu gewinnen. Slytherin hatte den Pokal ganze sechs Jahre in Folge und der blutige Baron wird immer überheblicher. Sir Nicholas erklärt, dass der blutige Baron der Hausgeist der Slytherins ist. Harry linzt hinüber zum Tisch der Slytherins und sieht dort einen gruselig aussehenden Mann mit blutdurchtränktem Umhang als geisterhafte Silhouette neben Malfoy. Vergnügt stellt Harry fest, dass sich Draco so gar nicht über die Sitzordnung freut. Seamus Finnegan ist sehr neugierig und fragt, wie sich der Hausgeist der Slytherins so mit Blut bespritzt hat. Höflich antwortet der fast kopflose Nick, dass er ihn nie gefragt hat. Und weil uns das Buch an dieser Stelle im Kalten lässt, ist das mal wieder an der Zeit, Onkel Google für mich arbeiten zu lassen. Bidü, dü, 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 fuck den Lärm mit Fabi, bidiu. Der blutige Baron ist ein Name, der nicht nur im Harry Potter Fandom auftaucht, sondern auch bei The Witcher, aber darum geht es ja jetzt nicht. Seinen echten Namen kennen wir nicht, hat wahrscheinlich auch so einen überdämlichen Namen wie der fast kopflose Nick, sowas wie Sir Pomperoy von Nasenbohring oder so ähnlich. Viel über ihn zu sagen gibt es eigentlich nicht. Er ist der einzige Hogwarts-Schulgeist, der namentlich bekannt ist und in den Büchern nicht ein einziges Mal redet. Im Videospiel zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens wird erwähnt, er könne überhaupt nicht sprechen. Die Flecken auf seinem Umhang sind wahrscheinlich sein eigenes Blut und stammend von dem Suizid, den er begangen hat, nachdem er die graue Dame, den Hausgeist von Ravenclaw, ermordet hat. Ja und was da schon wieder los war, dazu kommen wir erst sehr viel später in der Geschichte und das würde einfach viel zu viel vorwegnehmen, wenn ich das jetzt alles an diese Stelle packen würde. Aber das Blut stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit von ihm selbst. Und das war es schon wieder mit Seamus erhält also keine Antwort auf die Frage, warum der Slytherin-Hausgeist den blutdurchdrängten Umhang trägt. Wäre wahrscheinlich einfach zu brutal geworden, das in ein Kinderbuch zu schreiben. Und nachdem der blutige Baron die graue Dame ermordet hatte, bereute er es so sehr, dass er sich selbst in sein Schwert stürzte und elendig verblutete. Ende. Gute Nacht, mein liebes Kind. Sie alle sitzen genüsslich beim Essen und nähern sich allmählich dem Ende des Festmahls. Der Nachtisch erscheint und Harry gönnt sich alleine eine Sirup-Torte. Ganz schön verfressen, der gute Harry, dass er hier eine ganze Torte alleine frisst. Kleiner Fun-Fact am Rande, diese Stelle wurde auch im Nachhinein geändert, weil Klaus Fritz wieder mal alles falsch übersetzt hat. Im Original heißt es nämlich Treacle-Tart. Treacle-Sirup-Tart. Torte bzw. Törtchen. Und unser lieber Klausi hat das Ganze als Zuckerguss-Torte übersetzt. Außerdem glaube ich nicht, dass Harry da wirklich eine ganze Hochzeitstorte aus Sirup frisst, denn Tarts können ja auch so kleine Törtchen sein, etwa handgroß. Das klingt auch irgendwie besser passend, hätte man das Ganze als Sirup-Törtchen verkauft und nicht als Torte. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Während Harry also fleißig am Schnabulieren ist, beginnen die anderen Kinder von ihren Familien zu erzählen. Seamus Finnegan erklärt, dass er halb und halb ist. Sein Dad ist Muggel, aber seine Mom eine Hexe. Verschmitzt merkt er an, dass es ein ziemlicher Schock für ihn war, als er herausgefunden hat, dass seine Frau zaubern kann. Heiteres Lachen bricht an dem Tisch aus, die Stimmung ist erhellt, wie an einem Würztisch auf dem Dorf. Ron fragt Neville, wie es um ihn stünde und dieser erklärt, dass er bei seiner Oma aufgewachsen ist und diese eine Hexe sei. Neville erklärt weiter, dass seine Familie die ganze Zeit dachte, er sei ein Muggel. Sein Großonkel Algi hat alles mögliche versucht, um Neville zu überraschen und so zumindest ein kleines bisschen Magie aus ihm heraus zu quetschen. So hat ihn sein Onkel einmal im Blackpool vom Ende des Piers ins Wasser gestoßen, woraufhin Neville fast ertrunken wäre. Bis er acht war, haben alle in der Familie geglaubt, er könne gar nicht zaubern, bis der liebe Großonkel Algi eines Tages auf einen Tee vorbeikam und Neville an den Fußgelenken packte und ihn aus dem Fenster baumeln ließ. Als Algi dann ein Stück Kuchen angeboten bekam, hat er versehentlich Neville losgelassen. Doch keine Sorge, werter Zuhörer, auch wenn die Methoden von Onkel Algi etwas brutal klingen mögen, Neville ist nichts passiert, er erklärt selbst, dass er wie ein Flummi durch den Garten gehüpft ist. Daraufhin war die ganze Familie aus dem Häuschen, Neville's Oma hatte sogar Tränen in den Augen. Noch größer war die Begeisterung, als Neville dann tatsächlich seinen Hogwarts-Brief erhalten hat, der liebe Onkel Algi hat ihm dann vor lauter Freude eine Kröte geschenkt, den guten alten Trevor. Auch wenn mir die Erziehungsmethoden in der Familie Longbottom etwas justpekt vorkommen, scheinen sie sich doch alle im Grunde ihrer Herzen zu lieben und zu verstehen. Wie wir später erfahren werden, hat die Familie Longbottom auch noch eine düstere und sehr traurige Seite, auf die werden wir aber an anderer Stelle zu sprechen kommen. Harry hört nur so halbherzig hin, was Neville so von sich gibt, denn er bekommt sehr viele Gesprächsfetzen mit. Neben ihm unterhalten sich Percy und Hermine über den Unterricht, worüber auch sonst. Hermine erklärt, dass sie etwas Bammel vor Verwandlung hat, da dieses Fach besonders schwierig sein soll. Doch Percy erklärt ihr, dass sie mit einfachen Dingen anfangen werden, wie zum Beispiel Streichhölzer in Nadeln zu verwandeln. Harry hat keinen Bock, sich jetzt über den Unterricht Gedanken zu machen, denn er fühlt sich etwas schläfrig. Ja, kein Wunder, wenn du 100 Torten in dich hineinfrisst, Harry. Da wäre ich dann auch etwas schläfrig. Ein wenig verpennt und halb verballert linzt Harry hinüber zu dem großen Lehrertisch. Hagrid nimmt gerade einen großen Schluck aus seinem Kelch, während sich Professor McGonagall mit Dumbledore unterhält. Zur Belustigung der aufmerksamen Zuhörer habe ich einen möglichen Dialog inszeniert und hoffe, ihr habt Spaß an diesem kleinen Sketch. Elvis, was haben Sie da eigentlich vorhin für ein Blödsinn geredet? Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek? Das hatte ja absolut keine Aussagekraft. Sie müssen die Wörter rückwärts lesen, Minerva, dann erst macht es Sinn. Was? Also gut. Kayux, Marksmirch, Chibs, Le... Elvis, Sie veralbern mich. Das hat doch absolut nichts zu bedeuten. Ich weiß, aber ich habe gerade erfolgreich ihre Zeit verschwendet. Oh, hier steht eine Schüssel Zitronenbonbons. So geht das aber nicht. Während dieses Dialog ist, der sich zu 100% tatsächlich so zugetragen hat und nicht von einem Podcast, der erdacht wurde, unterhält sich Professor Quirrell mit einem weiteren Lehrer, den wir noch nicht kennen. Er hat fettiges, schwarzes Haar, eine Hakennase und fahle Haut. Und plötzlich passiert es. Der hakennasige Lehrer blickt an Quirrells Turban vorbei, direkt in Harrys Augen. Sofort durchfährt Harry ein stechender Schmerz durch seine Blitznarbe auf der Stirn. Ein lautes Aua entfährt ihm und er klatscht sich mit der Hand gegen die Stirn. Der neben ihm sitzende Percy Weasley ist durch diese Geste verwirrt. Vorsichtig erkundigt er sich bei Harry, was denn los sei. Harry antwortet, dass es nichts sei. Denn der Schmerz ist schon wieder weg, doch er hat bei Harry ein unschönes Gefühl hinterlassen. Ein Gefühl, das dieser Lehrer mit den fettigen Haaren und der Hakennase in ihm ausgelöst haben muss. Harry erkundigt sich bei Percy, wer denn der Lehrer ist, mit dem sich Quirrell unterhält. Percy wundert sich, dass Harry Quirrell bereits kennt und erklärt ihm dann, dass das Professor Snape sei. Ich wundere mich viel eher darüber, dass Percy Quirrell kennt, denn wir werden später erfahren, dass sich jedes Jahr der Lehrer für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ändert. Woher kennen sich also Percy und Quirrell? Und ich habe mich informiert. Das bedeutet, ich habe einfach nur in Google den Wikipedia-Artikel zu Quirrell aufgerufen und erfahren, dass Rowling mal in einem Interview gesagt hat, Quirrell sei vor seinem Jahr im Ausland Lehrer für Muggelkunde gewesen. Okay, wow, das ging ja verdächtig einfach. Keine stundenlange Recherche, kein Wälzen durch irgendwelche Diskussionsforen und kein halbes Botanikstudium? Ich bin begeistert. Percy erklärt, dass Snape in Hogwarts das Fach Zaubertränke unterrichtet, aber jeder weiß, dass er viel lieber das Fach von Quirrell unterrichten würde. Percy merkt an, dass Snape eine Unmenge über die dunklen Künste wissen würde. Mysteriös. Harry beobachtet Snape noch eine ganze Weile, doch dieser blickt nicht mehr zu ihm hinüber. Unbekümmert frisst Harry die Reste seines Nachttisches auf, was, wenn man die Menge an Süßigkeiten mit einberechnet, die er und Ron an diesem Tag verputzt haben, auf keine gute Ernährung schließen lässt. Doch schließlich haben sie alles aufgeputzt und wie es sich geziemt, wird nach Speis und Trunk eine Rede vom Hausherren gehalten. Dumbledore erhebt sich zum zweiten Mal an diesem Abend, er soll keiner sagen, ich würde keinen Sport treiben, und hält nun eine ernstere Rede. Im folgenden Monolog erklärt der liebe Albus, dass es für die Schüler verboten ist, den Wald auf den Ländereien von Hogwarts zu betreten. Außerdem wurde er von dem Hausmeister Mr. Filch daran erinnert, dass in den Pausen auf den Gängen nicht gezaubert werden darf. Dann erklärt er noch, dass in der zweiten Woche die Quidditch-Auswahl stattfinden würde und dass alle, die Interesse daran haben, in der Hausmannschaft zu spielen, sich an Madame Hooch wenden sollen. Dieses Angebot gilt natürlich nur für die Schüler ab der zweiten Jahrgangsstufe, denn wie wir bereits wissen, dürfen Erstklässler noch keinen eigenen Besen besitzen und kommen somit auch nicht für die Quidditch-Auswahl in Frage. Schließlich schwingt ein Hauch vom bedrohlichen Unterton in Dumbledores Stimme mit. Er erklärt, dass sie in diesem Jahr den Korridor im dritten Stock nicht betreten dürfen, außer sie würden einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Ja, wow, was ein toller Ratschlag. Was ist, wenn du unter den Schülern voll das emotionale Depri-Kind hast, das ich sowieso umbringen will? Das ist ja fast eine Aufforderung für ihn, in den dritten Stock zu gehen. Ja, aber so weit denkt der liebe Albus mal wieder nicht, ne? Harry beginnt zu lachen und vereinzelt stimmen einige mit ein. Große Verunsicherung herrscht unter den Anwesenden und niemand weiß so recht, ob Dumbledore das eigentlich ernst meint. Selbst die Schüler haben verstanden, dass Dumbledore ein alter Greis ist, der öfters mal Sachen macht, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Doch das scheint er auch wirklich so zu meinen. Und auch Harry ist verunsichert, denn obwohl er gelacht hat, wendet er sich an Percy und fragt ihn, ob er das ernst meint. Etwas verbittert entgegnet Percy, dass er es wohl ernst meinen muss, was sehr merkwürdig sei, denn normalerweise würde Dumbledore immer den Grund erklären, warum sie irgendetwas nicht dürfen. Den Wald dürfen die Schüler zum Beispiel nicht betreten, weil er voller gefährlicher Tiere ist. Warum Dumbledore uns nicht erzählt, weshalb man den Korridor im dritten Stock nicht betreten soll, das werden wir an anderer Stelle erfahren, denn das hat handlungsbedingte Gründe. Percy ist dennoch etwas eingeschnappt, denn er hätte sich zumindest gewünscht, dass die Vertrauensschüler in die merkwürdigen Vorkommnisse im dritten Korridor eingeweiht werden. Doch er kommt nicht dazu, sich noch weiter zu beschweren, denn nach Dumbledores bedrohlicher Rede möchte er nun singen. Ja, richtig gehört. Dumbledore fordert die Schüler dazu auf, dass sie, ehe sie ins Bett gehen, noch alle die Schulhymne singen sollen. Ja klar, warum nicht? Nicht in den Gängen zaubern, liebe Kinder. Oh, und ach ja, wenn ihr den Korridor im dritten Stock betretet, dann werdet ihr an einem sehr qualvollen Tod verrecken. Euch werden die Nereien herausgerissen und an das Monster dort verfüttert. Also immer schön aufpassen, wo er hinlauft. So, und jetzt lasst uns alle singen. So ungefähr stelle ich mir Dumbledore vor. Die Nachricht, dass sie nun singen würden, stößt nicht überall auf große Freude. Harry bemerkt, dass das Lächeln der Lehrer recht steif geworden ist. Das hält aber unseren lieben Dumbledore nicht davon ab zu singen, nein. Ich bin mir sogar sicher, wenn die Lehrer einen Betriebsrat gründen und die Schulhymne abschaffen würden, selbst dann würde Dumbledore sie noch singen. Und was nun passiert, hat es leider nicht in den ersten Harry Potter Film geschafft, kam aber tatsächlich so ähnlich im vierten Teil vor. Und dazu muss ich wieder mal etwas ausholen. Joa, macht euch ruhig noch einen Kakao, das kann noch ein bisschen dauern. Wir reden nun etwas über den vierten Harry Potter Film, die meiner Meinung nach schlechteste Filmadaption der gesamten Reihe. In meinen Instagram-Livestreams habe ich mich immer wieder beklagt, wie sehr es mich stört, dass so viele Dinge aus den Büchern abgeändert oder teilweise komplett gestrichen wurden. Gerüchten zufolge hat der Regisseur der Filme auch die Bücher überhaupt nicht gelesen, sondern einfach nur das Drehbuch abgearbeitet. Ob das aber wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Im vierten Band werden uns aber die beiden Zauberschulen Bourbaton und Domstrang vorgestellt. Während Domstrang eine rein männliche Schule ist, ist Bourbaton eine rein weibliche Zauberschule. Zumindest in den Filmen. In den Büchern war das nämlich nicht so. Aber das ist an dieser Stelle auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls müssen Durmstrang und Bourbaton diese komische Talentshow vorführen und während dem Enden lächelnd Domstrangs mit Stöcken herumfuchteln und mit einem Feuerspucker die halbe Bude abfackeln, bekommen wir von den Bourbatons Schülerinnen ein Close-Up von wackelnden Erschen und dieses richtig awkward Gestöhne. Dann haben sie noch irgendwie blaue Schmetterlinge ausgepupst und dann war Schluss mit der Vorstellung der Schulen. Und mal abgesehen davon, dass dies nie in den Büchern vorkam und Rowling wahrscheinlich auch niemals solche mittelalterlichen Geschlechterrollen in ihrer Geschichte einbauen würde, habt ihr euch jemals gefragt, warum Hogwarts nicht auch irgendetwas vorführt? Nein? Nun, es gibt aber eine gelöschte Szene, da singen die Hogwarts-Schüler die Schulhymne und es klingt ziemlich schräg und peinlich, was dann wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass man diese Szene dann herausgeschnitten hat. Aber diese gelöschte Szene im Film hat mich eins zu eins an das erinnert, was nun im ersten Teil passiert. Dumbledore fuchtelt mit seinem Zauberstab herum, ein langer goldener Faden schwebt daraus hervor und formt über den Köpfen der Schüler die Gestalt von Worten. Diese Worte, das ist der Text der Hogwarts-Hymne. Das Problem nur an der Sache, eine einheitliche Melodie gibt es nicht. Stattdessen fordert Dumbledore die Schüler dazu auf, dass jeder den Text nach seiner Lieblingsmelodie singen soll. Joa, jetzt stellt euch bitte mal 300 Schüler vor, die alle in einer völlig anderen Melodie einen Text vor sich hin grölen und sagt mir, ob das auch nur im Ansatz nach irgendetwas Vernünftigem klingen kann. Nein? Ich glaube auch nicht. Einerseits finde ich es deswegen schade, dass diese Szene es nicht in die Filme geschafft hat und andererseits bin ich auch irgendwie heilfroh deswegen. Ja, in Hogwarts wird eben noch Wert auf Individualität und Persönlichkeitsentfaltung gelegt. Der Text der Schulhymne ist relativ unspektakulär, daher habe ich mich dazu entschlossen, zu Unterhaltungszwecken und weil wir doch eine Jubiläumsfolge haben, euch die Hymne musikalisch vorzutragen, natürlich auch noch in dem Genre, das am besten zu Dumbledore passt. Rap. Genießen Sie nun also eine neue Interpretation der Hogwarts-Schulhymne von Fresh D, unterlegt mit einem lizenzfreien Beat aus dem Internet. Albus, Sie können doch jetzt kein Rap-Lead vorspielen. Und warum nicht? Ich habe gesagt, jeder nach seiner Lieblingsmelodie. So, und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Yo, was geht, Homies? Seid ihr bereit für eure fette Beats? Hier kommt die Hogwarts-Hint-Man Fresh D in der Hoff Hogwarts, Hogwarts, words und schwankens Hogwarts bringen uns bi's Schönes bei. Ob alt und kalt oder jung & albern wir sehen uns wissen herbei. Dennoch sind unsere Köpfe leer, voll Luft und voll Tot flie. Wir wollen nun alles erlernen, was du uns bisher als verschwiegen. Oh, das ist meine Schule. Mein Herz schlägt für Hogwarts. Euer's auch? Dann singt mit mir den Refrain. Hogwarts, Hogwarts, Hockey, Hockey, Hogwarts bringen uns was Schönes bei. Ob alt und kahl oder jung und albern, wir sehen uns bis sehr bei. Denn noch sind unsere Köpfe leer vor Luft und vor Toterfliegen. Gib dein Bestes, wir können's gebrauchen. Unsere Köpfe, sie sollen rauchen. Yeah. Drop the line. Das war Fresh D. Und hier ist McGonagall. Yo, ich bin McGonny. Ich zähl zu den Alten. Was du hier? Scheiß, werd ich dich zu entfalten. Das ist meine Gegend. Hier chille ich rum. Und greifst du mich an, dann hau ich dich einfach rum. Ich sage dir, was ich ehrlich meine. Zur Not verwandle ich euch auch in Schweine. Ich bin hier die Queen. Ich brauche keinen Tutor. Bitch, ich hab hier Tortum-Lokomotor. Yo, das war's. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sollte euch der Beat gefallen haben und ihr wollt ihn ohne meinen nervigen Gesang hören, dann verlinke ich ihn euch in der Infobox. Das war also die Hogwarts-Schulhymne. Die wurde natürlich nicht so wundervoll gesungen, sondern es klingt stattdessen vielmehr nach einem großen Durcheinander. Jeder grölt in seiner Lieblingsmelodie, was dazu führt, dass jeder unterschiedlich lange braucht, um fertig zu werden. Als letztes hört man nur noch die Weasley-Zwillinge, die den Text nach der Melodie eines langsamen Trauermarsches singen. Mit seinem Zauberstab fuchtelnd dirigiert Dumbledore die letzten Verse. Nachdem alle fertig sind, bricht tosender Applaus unter den Anwesenden aus. Dumbledore ist derjenige, der am lautesten applaudiert. Zu Tränen gerührt, wischt er sich die Augen und lässt eine seiner Weisheiten vom Stapel, die ich euch an dieser Stelle wieder einmal wörtlich zitieren möchte. Ah, Musik! Ein Zauber, der alles in den Schatten stellt, was wir hier treiben! Man kann von Dumbledore halten, was man will. Und ich weiß, dass das, was er mit Harry die ganzen Jahre abzieht, ziemlich asozial ist, aber man muss zugeben, dass er zumindest sein Herz am rechten Fleck hat. Unser lieber Tatterkreis-Direktor scheucht nun mit letzten Worten die Schüler allesamt ins Bett. Percy führt die Gryffindor-Ersklässler hinaus aus der großen Halle, eine große Marmortreppe nach oben. Harry hat sich den Wand so vollgeschlagen, dass es ihm sogar schwer fällt, wach zu bleiben. Er ist müde und träge und ist sogar zu schläfrig, sich über die sich bewegenden Bilder zu wundern. Denn das ist noch eine Besonderheit in Hogwarts, beziehungsweise generell in der Zauberwelt, denn dort gibt es nicht wie bei dem Muggel stupide, langweilige Gemälde. Nein, die abgebildeten Figuren bewegen sich darauf, können miteinander interagieren und sogar reden. Aber all das nimmt Harry nur am Rande wahr, wie ein Zombie läuft er hinter Percy her und wünscht sich nichts mehr, als endlich ins Bett zu kommen. Das bin original einfach ich, der gerade nur noch dieses Kapitel fertig bekommen und sich dann etwas hinlegen möchte. Doch der Schlaf bleibt sowohl Harry als auch mir noch ein wenig verwehrt, denn plötzlich machen die Erstklässler Halt. In dem muffigen Korridor vor ihnen schweben nämlich einige Spazierstöcke in der Luft, die sich prompt auf Percy stürzen, als dieser einen Schritt nach vorne wagt. An die Erstklässler Gewand erklärt er, dass dies das Werk von Peeves ist, einem in Hogwarts lebenden Poltergeist. Seinen Namen haben wir vorhin schon gehört, Peeves war nämlich der Grund dafür, dass sich der fette Mönch und Sir Nicholas dem Mimsy Porrpinken erhitzt unterhalten haben. Poltergeister sind keine wirklichen Geister, zumindest nicht, wenn man sich etwas mit dem Ursprung des Phänomens beschäftigt, was ich natürlich gemacht habe. Poltergeister sind ein weltweit verbreitetes, paranormales Phänomen, mit dem sich vor allem Parapsychologen beschäftigen. Obwohl Parapsychologie bereits seit über 120 Jahren als wissenschaftliche Unternehmung gilt, gilt sie bei der allgemeinen Wissenschaftsgemeinde nicht als etablierte Wissenschaft und wird daher auch nicht anerkannt. Jedenfalls beschäftigen sich Parapsychologen seit vielen Jahren mit der Erforschung über natürliche Aktivitäten, also unter anderem auch Poltergeistern. Aber was sind Poltergeister? Generell wird Poltergeister nachgesagt, sich in Häusern einzunisten und dann durch merkwürdige Begebenheiten auf sich aufmerksam zu machen. So können sie zum Beispiel das Licht an- und ausschalten, Möbel verschieben oder auch Klopfgeräusche erzeugen. Ob es Poltergeister wirklich gibt, weiß man nicht, es fehlt jedoch der wissenschaftliche Beweis und viele Poltergeisterscheinungen wurden im Nachhinein als Betrug entlarvt. Es gab auch in Deutschland schon berühmte Aktivitäten von Poltergeistern, zum Beispiel 1967 in meiner Geburtsstadt Rosenheim, die wurden aber im Nachhinein als Schwindel exposed. Der Poltergeist in Hogwarts ist aber kein Betrüger, sondern er ist eine reelle Bedrohung für unschuldige Kinder, die nichtsahnend ihrer Wege gehen und dann von ihm drangsaliert werden. In Harry Potter hat er einen festeren Körper als die anderen Geister, was es ihm ermöglicht, Gegenstände zu greifen. Wie zum Beispiel die Spazierstöcke, die nun in der Luft schweben, tanzen und auf Percy niedergeprasselt sind. Dieser möchte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, drohend richtet er das Wort an Peeves und fragt, ob er dem blutigen Baron davon in Kenntnis setzen soll. Der blutige Baron ist einer der wenigen, vor denen Peeves wirklich Schiss hat, weswegen hilflose Leute immer damit drohen, den Hausgeist der Slytherins zu holen. Diese Androhung funktioniert auch dieses Mal. Mit einem lauten Plopp taucht aus dem Nichts ein kleiner Mann mit bösen, dunklen Augen auf, der den Mund weit geöffnet hat. Er lässt sein irres Kichern vom Stapel, etwa so und deutet dann an, nun die Erstklässler zu drangsalieren. Percy bellt ihn an, wenn er nicht auf der Stelle verschwinden würde, dann würde er den blutigen Baron holen. Etwas verbittert streckt Peeves ihm die Zunge raus und macht sich dann vom Acker. Vorher jedoch lässt er die Gehstöcke noch schön auf Neville's Kopf fallen. Percy Plou setz sich mal wieder auf, erwarnt die Kinder vor dem Poltergeist und erklärt ihnen, dass Peeves nicht einmal auf die Vertrauensschüler hören würde. So als wäre das irgendwas Überbesonderes. Ja, so ist er halt, der Percy. Der hält sich immer für was Besseres. In seiner Rolle als verantwortungsbewusster Vertrauensschüler führt er die Kinder nun endlich zum Eingang des Gemeinschaftsraums. Versperrt wird der durch das Porträt einer sehr dicken Dame in einem rosa Seidenkleid. Diese Dame habe ich vorhin schon erwähnt, sie hat den wirklich netten Namen Die Fette Dame. Ja, einen anderen Namen hat sie nicht. Sie wurde wieder mal auf das einzige körperliche Merkmal reduziert, das hervorsteht. Sie selbst verrät uns aber auch nie ihren Namen. Schambar gefällt er ihr ganz gut. Deswegen, ja, nennt sie halt jeder so. Die Fette Dame fragt Percy nach dem Passwort. Dieses Passwort lautet Caput Draconis und ist Latein, was nicht immer der Fall ist, aber hier eben schon. Caput heißt Kopf und Draconis heißt Drache. Wörtlich übersetzt heißt das Passwort der Kopf des Drachens. Und ich weiß nicht wieso, aber als Kind, als ich noch keinen Zugriff zu Google Übersetzer hatte, habe ich immer geglaubt, das Passwort würde Drachenkot heißen und nicht Drachenkopf. Irgendwer hat mir das mal vor langer Zeit erzählt und ich habe mir das wahrscheinlich falsch gemerkt, aber bis heute hat sich dieses Passwort eingefräst in mein Gehirn. Jedes Mal, wenn jemand Caput Draconis sagt, muss ich an Drachendungen, Misthaufen, Kacke denken. Ein völlig normales Passwort für einen Gemeinschaftsraum. Übrigens finde ich es witzig, dass das Passwort zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum der Kopf des Drachens lautet, zumal das Schullogo Draco dormiens nunquam titillandus auf Deutsch so viel heißt wie Kitzle nie einen schlafenden Drachen. Bitte nicht verwechseln mit Draco dormiens nunquam titillandus Kitzle niemals einen schlafenden Draco. Man soll also keinen schlafenden Drachen kitzeln und das Passwort lautet Kopf des Drachens. Finde ich interessant. Die fette Dame akzeptiert dieses Passwort, das Gemälde klappt zur Seite und gibt den Durchgang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum frei. Die Erstklässler quetschen sich hindurch, Neville braucht natürlich mal wieder etwas Hilfestellung und sie befinden sich kurz darauf in einem gemütlichen, runden Zimmer mit vielen weichen Sesseln. Percy zeigt dem Mädchen den Weg zu den Schlafsälen und führt dann die Jungs in ihre Gemächer. Eine kleine Wendeltreppe müssen sie noch emporsteigen, dann sind sie endlich bei ihren Betten angekommen. In dem Raum stehen fünf Himmelsbetten mit samtroten Vorhängen als Sichtschutz. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie denn die ganzen Erstklässler da hineinpassen sollen, joa, es gibt dieses Schuljahr auch nur fünf männliche Gryffindor-Erstklässler. Harry, Ron, Neville, Seamus und Dean. Das sind alle. Ich hatte ja vorhin die originalen 40 erwähnt, die 40 Schüler, die Rowling für Harrys Jahrgang eingeplant hatte. Geht man nach diesen 40 Schülern pro Jahrgang, dann gibt es in Hogwarts auch keine 1000 Schüler, sondern nur 280. Die Frage, wie viele Schüler da jetzt genau sind und warum das alles so verwirrend ist, die wird uns noch länger begleiten. Zunächst widmen wir uns wieder der Geschichte. Denn während die Kinder beim Essen waren, wurde ihr Gepäck nach oben gebracht. Viel zu müde, um sich noch lange zu unterhalten, ziehen sie ihre Schlafanzüge an und lassen sich ins Bett plumpsen. Und ihr kennt das sicherlich noch, wenn ihr damals auf Klassenfahrt im Schulandheim wart und dann die erste Nacht durchgemacht habt. Tja, in Hogwarts werden die Kinder erstmal ausgepowert. Paar Stunden Zug fahren, endlose Treppen steigen, ausgehungerten Häuser einsortiert werden, anschließend fett gemästet werden und noch durchs Schloss laufen. Naja, da ist nix mehr mit lange Wachbleiben. Das haben sie klug durchdacht. Durch die zugezogenen Vorhänge hindurch mummelt Ron ein »Tolles Essen, was?« Anschließend verscheucht er Kretze, seine Ratte, da diese an seinem Bettlaken kaut. Wer selbst mal einen kleinen Naga-Eishaus hier hatte, der weiß, dass die süßen kleinen Biester gerne mal alles anfressen, was sich ihnen in den Weg stellt. Harry möchte Ron eigentlich noch fragen, ob er etwas von der »Zuckerguss-Torte« gekostet hat. »Hatten wir diesen Fehler nicht vorhin schon?« An dieser Stelle haben sie es entweder nie verbessert oder »Mein Buch ist wieder mal zu alt«, aber statt »Sirup-Torte« steht an dieser Stelle jetzt »Zuckerguss-Torte«. »Schlampig übersetzt, Klaus Fritz.« »Schlampig übersetzt.« Doch Harry kommt nicht mehr dazu, nach der »Sirup-Zuckerguss-E-Fuck-Egal, wer keiner diesen Scheiß so brutal genau analysiert, »Kack-Torte«, zu fragen, da ihm just in diesem Moment die Augenlider zufallen und er ins Reich der Träume gleitet. In dieser Nacht hat Harry einen sehr merkwürdigen Traum. Wäre er jetzt ein hobbyloser Podcaster, dann würde er daraus eine Folge »Dreamlands« machen. Aber wir erfahren auch so, was ihm so durch den Kopf geht. Er träumt davon, Professor Quirrells Turban zu tragen, der ständig zu ihm spricht und ihm sagt, er solle nach Slytherin überwechseln, da dies sein Schicksal sei. Harry möchte diesen Turban von seinem Kopf zerren, doch dieser zieht sich immer enger zusammen. Und plötzlich sieht er Malfoy, der ihn höhnisch auslacht und sich mit einem Mal in den hakennasigen Professor Snape verwandelt. Dann sieht er ein kaltes, grünes Licht aufflammen. Schweißgebadet schreckt er hoch, verharrt einen Augenblick, dreht sich wieder auf die Seite und pennt weiter. Am nächsten Morgen hat er diesen Traum vergessen. Wir werden diesen Traum jedenfalls nicht vergessen, wir merken ihn uns für spätere Podcast-Folgen, dort wird er als Metapher noch einmal interessant. Doch nicht nur Harrys Traum ist an dieser Stelle zu Ende, sondern auch das siebte Kapitel. Es war ein langes Kapitel, das ist noch die bisher längste Folge, ich habe knapp 24 Seiten Skript geschrieben. Dennoch hoffe ich, dass sie euch gut gefallen hat, schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Zehn Folgen haben wir bis jetzt geschafft, ich hoffe natürlich, dass es noch viele, viele mehr werden. Euch vielen Dank fürs emsige Zuhören und wir hören uns dann alle in der nächsten Folge wieder, hier auf meinem Kanal. Bis dahin, haltet die Ohren steif und eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes! Mir ist leider zwischenzeitlich die Outtakes-Datei abgestürzt, deswegen gibt es heute leider nur weniger Outtakes. Ron ist völlig erleichtert, Er hat Angst davor, dass McGonagall die Geduld verliert und ihm den Kopf vom Hut reißt. Nein, warte mal, da stimmt was nicht. Ihm den Kopf vom, ihm den Hut vom Kopf reißt. Och, Alter. Ihr Wahnsinn, was ist heute schon wieder los? Slytherin hatte den Portal. Portal! Ja, die Portal-Tage, man kennt sie. Ja, die Portal-Tage,